Hallo Leute und willkommen zum anderen versprochenen Auspack-Video. Ja, auf das Paket habe ich zwei Monate gewartet und ja, da ist es jetzt. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Auspacken und vielleicht wisst ihr auch schon, wer es ist. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mir vor einem Monat Carina und Celine gegönnt. Die beiden sind Premier Club Pferde von 2017 und ja, ich habe mir am Anfang immer gedacht, soll ich mir sie holen, soll ich sie mir nicht holen, aber dann habe ich sie irgendwann mal persönlich gesehen und war total geschockt und schockverliebt. Dann wollte ich sie mir auf der Börse kaufen, dann hat sie mir aber jemanden vor der Nase weggekauft und ja, jetzt habe ich doch beide. Das ist wie gesagt Carina, die Mama, die kommen im Set. Und das hier ist, uh, sieht man sie? Celine. Sind beides ein paar Lossas, ein paar Lusas und sind beide von Brigitte Ebel skulpturiert worden. Und ja, ich hoffe, die beiden haben euch gefallen. Ich versuche sie mal beide auf die Kamera zu kriegen. So, das sind die beiden. Das Auspack-Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. So, ich zeige euch mal einen ganz schnellen, groben Überblick, wie meine Collection momentan aussieht. Falls ihr, wie gesagt, ein Collection-Update haben wollt, dann kommentiert auf jeden Fall in den Kommentaren und dann folgt das vielleicht als nächstes. Ciao, Leute! Ciao, Leute! аль daten Kolleginnen Mann 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 Untertitelung des ZDF, 2020